Ich sende meine Grüße an alle, die sich nicht länger von Vertretern vertreten oder sonst wohin treten lassen wollen, sondern die lieber mit ihrer eigenen Stimme reden und abstimmen möchten. Daher will ich mich in dem heutigen Video mal ein bisschen mit den Unzulänglichkeiten der parlamentarischen Demokratie und unseres heutigen Wahlsystems befassen. Denn auch wenn ich Demokratie eigentlich viel cooler finde als irgendwelche Diktaturen, Monarchie oder Faschismus, habe ich doch das Gefühl, dass diese spezielle Spielart der Demokratie, wie wir sie heute haben, die sogenannte parlamentarische Demokratie, nicht gerade der Weisheit letzter Schluss ist, sondern im Grunde nur ein völlig veraltetes, unzeitgemäßes Behelfskonstrukt darstellt. Ich würde sogar noch weitergehen und die Frage in den Raum stellen, kann es überhaupt wirkliche Demokratie sein, wenn die Menschen ein paar Führer wählen, die sie in den nächsten vier Jahren nach Belieben regieren und mit Gesetzen schikanieren dürfen, ohne dass die Wähler dann noch irgendeinen Einfluss darauf haben? Oder handelt es sich bei einem solchen System nicht eher um eine absolutistische Monarchie auf Zeit? Um eine Diktatur, in der alle paar Jahre die Karten durch Wahlen neu gemischt werden, damit die Führer, die sich bei ihrem Volk unbeliebt gemacht haben, ausgetauscht und gegen andere ersetzt werden können? Was genau ist daran eigentlich demokratisch, wenn man mal die alle vier Jahre stattfindenden Legitimierungswahlen ausblendet? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, schauen wir doch erst einmal, wo die Ursprünge unseres heutigen Parteiensystems liegen. Denn die sind nicht etwa irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden oder in der Weimarer Republik, sondern schon einige Jahrzehnte davor, zu Zeiten, als wir noch einen Kaiser hatten und Adelige deutlich mehr Rechte besaßen als der Normalsterbliche. Das Parlament war eigentlich nur ein Zugeständnis an das aufmüpfige Volk, damit die Ruhe gaben und nicht auf die Barrikaden gingen. Es sollte demokratische Strukturen und Mitbestimmungsrechte vorgaukeln, wo in Wirklichkeit nie welche waren. Soziale Aufstiegsmöglichkeiten gab es kaum, die wichtigsten Staatsämter teilten sich reiche Bonzen und Adelige weiterhin unter sich auf. Niemals wären diese Leute auf die Idee gekommen, den dummen Pöbel direkt über wichtige Staatsfragen entscheiden zu lassen. Und so einigte man sich eben um des lieben Friedenswillen darauf, dass der Pöbel Vertreter schicken durfte, die dann in seinem Namen ein bisschen Einfluss auf die herrschende Klasse nehmen konnten. Die Parteien und deren Politiker waren also genau genommen nur Lobbyisten, die zwar ein gewisses Mitspracherecht besaßen, aber im Zweifelsfall, wenn sie zu radikale Veränderungen forderten, einfach verboten wurden. Nun kann man sich natürlich darüber streiten, ob sich an dieser Konstellation bis heute etwas grundlegend geändert hat, oder ob der heutige Adel nur gelernt hat, sich besser zu tarnen als zu Kaiser Wilhelms Zeiten. Was sich jedoch definitiv nicht geändert hat, ist, dass das Volk nach wie vor nur indirekt über sein Schicksal bestimmen darf. Nicht die Menschen bestimmen, was die Politiker in ihrem Namen tun sollen, sondern die Politik legt den Menschen ein paar wenige, fest zugeschnürte Pakete vor und die Menschen sollen sich dann für das Paket entscheiden, das ihren eigenen Vorstellungen am nächsten kommt. Das ist in etwa so, wie wenn ich in den Supermarkt gehe und eigentlich nur eine Zwiebel kaufen möchte, aber gleichzeitig auch noch einen Blumenkohl, eine Packung Hundefutter und eine Waschmaschine dazu kaufen muss, weil Zwiebeln nun mal leider nur im Paket zusammen mit Blumenkohl, Hundefutter und Waschmaschine angeboten werden. Oder anders formuliert, wenn ich CDU wähle, weil ich denen am ehesten zutraue, dass sie vernünftig mit den Steuergeldern umgehen, kaufe ich nicht nur Wirtschaftskompetenz, sondern gleichzeitig auch noch allgegenwärtige Überwachung, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Ausbau des Niedriglohnsektors und Umweltverschmutzung. Wenn ich die Grünen wähle, bekomme ich vielleicht eine saubere Umwelt, aber dafür im Paket auch gleich noch Frauenquoten, Ganztagsschulen, strengere Waffengesetze und ähnlichen Gutmenschenscheiß. Und die Polizei wird mich im Zweifelsfall trotzdem verprügeln. Vielleicht ja dann, weil ich meinen Müll nicht ordnungsgemäß getrennt habe. Wer weiß das schon. Wie man es dreht und wendet, das System bleibt unbefriedigend und wird nie auch nur ansatzweise den vielfältigen Wünschen der Menschen gerecht werden können. Was wäre also der einzig logische Ausweg aus unserem Paket-Dilemma? Richtig, man müsste das tun, was jeder vernünftige Mensch im Supermarkt auch tun würde, wenn er ein Paket aus Zwiebel, Blumenkohl, Hundefutter und Waschmaschine vorgesetzt bekäme. Er würde es einfach stehen lassen, diesen Drecksladen die wieder betreten und sich seine Zwiebel künftig beim Bauer nebenan kaufen oder im Zweifelsfall einfach selber anbauen. Was wir brauchen, ist endlich ein politisches System, in dem der Bürger konkret über die Themen abstimmen kann, die ihn interessieren. Und nicht länger nur über die Personalien der Selbstdarsteller, die dann in seinem Namen über diese Themen abstimmen. Doch warum wird uns dieses Recht noch immer vorenthalten? Warum keine Volksabstimmung? Die etablierten Politiker begründen das immer wieder gerne damit, dass das Volk nicht reif genug sei, komplexe Entscheidungen zu treffen und dass das Volk zu leicht manipuliert werden kann. Und wer möchte ihnen da widersprechen? Sie selbst sind von diesen leicht manipulierbaren, unreifen Menschen schließlich ins Amt gewählt worden und wissen daher verdammt gut, wovon sie reden. Aber mal ehrlich, diese Ausreden aus der guten alten Zeit haben vielleicht früher noch ihre Berechtigung gehabt, zu Zeiten, als die meisten Bauern ein Leben lang nicht aus ihrem eigenen Dorf herausgekommen sind, als die Mehrheit nicht einmal richtig lesen konnte und ein durchschnittlicher Arbeiter zwölf Stunden am Tag in der Fabrik schuften musste und überhaupt keine Zeit dazu hatte, sich mit politischen Entscheidungen auseinanderzusetzen oder gar über die große Weltpolitik nachzudenken. Damals, als die parlamentarische Demokratie entstand, mag es noch einen gewissen Sinn gemacht haben, statt dem gesamten Volk lieber ein paar ausgewählte, gebildete Vertreter entscheiden zu lassen, die über den nötigen Überblick über die Gesamtsituation verfügten. Doch seit diesen Tagen hat sich nun mal einiges geändert. Das Volk ist heute mindestens genauso aufgeklärt und gebildet wie seine Politiker, was zwar nicht viel heißt, aber immerhin ist es kein Vergleich mehr zu dem krassen Bildungsgefälle, das noch vor 100 Jahren herrschte. Und spätestens seit es YouTube gibt, zieht auch die Ausrede nicht mehr, dass bei einer direkten Demokratie mit Volksabstimmungen letztlich der Springer Verlag oder RTL das Land regieren würden. Denn hier im Netz kann jeder senden, jeder kann seine Meinung kundtun und die Videos mit den meisten Views sind nicht zwangsläufig immer die Videos, hinter denen große Medienunternehmen stecken. Das ist eigentlich genau das, was eine lebendige, echte Demokratie bräuchte. Jeder ist Wähler und jeder ist Politiker, ohne dass er erst jahrelang irgendwelchen älteren, dickeren Politikern in den Hintern kriechen muss, bis er irgendwann auch mal selber eine eigene Meinung vertreten darf. Sämtliche Parteien abzuschaffen und die Menschen zu allen Entscheidungen, die sie persönlich betreffen, direkt zu befragen, das wäre echte Demokratie. Und die Blogger, Aufklärer und Infokrieger des Internets übernehmen dann den Job der Meinungsbildung, den bisher die Politiker gemacht haben. Denn uns selbst darstellen und dumm schwätzen können wir YouTuber mindestens genauso gut wie die alten Säcke. Und ganz nebenbei wären wir vielleicht auch noch etwas ehrlicher, weil die wenigsten von uns diesen Job der Karriere oder des Geldes wegen machen, sondern noch größtenteils aus echter Überzeugung. Natürlich würde es trotzdem weiterhin Berufspolitiker geben, aber diese wären dann nicht länger Vorgesetzte des Volkes, sondern dessen Angestellte. Sie wären nicht länger diejenigen, die ein Paket schnüren und es allen anderen Menschen vorsetzen, vielmehr würde das Schnüren des Pakets die Aufgabe der Bürger sein und die Politiker wären dann nur noch dafür da, um es umzusetzen und Feinheiten auszuarbeiten. Doch all das ist noch Utopie, da die heutigen Politiker niemals den goldenen Ast absägen würden, auf den sie sich selber im Schweiß ihres Angesichts emporgeschleimt haben. Dafür lieben es die Politiker viel zu sehr, wichtig zu sein. Wenn man sich mal anschaut, wie sie im Wahlkampf Hände schütteln und wie ihnen die doofen Anhänger dabei auch noch zujubeln, dann muss man sagen, dass das teilweise schon Züge einer Monarchie hat. Der Politiker als edler Monarch, der sich gütig zu seinem Volk herabbeugt, als Superstar zum Anfassen, der es nur gut mit seinen Wählern meint und völlig frei von egoistischen Interessen ist. Ich würde das Ganze vergleichen mit dem Phänomen der Castingshows, beispielsweise mit Deutschland sucht den Superstar. Eigentlich macht es ja viel mehr Spaß, selbst zu musizieren oder beim Stöbern in Plattenläden unbekannte Perlen zu entdecken. Doch viele Jugendliche hocken stattdessen lieber vor der Klotze und himmeln ihre sogenannten Superstars an. Wenn die wenigstens ungewöhnliche Stimmen hätten und echte Ausnahmekünstler wären, könnte man das Ganze ja noch nachvollziehen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ein Großteil derjenigen, die dazu Stars gemacht werden, sind beliebig austauschbare Asoziale aus der gesellschaftlichen Unterschicht, deren einzige Fähigkeit darin besteht, uninspiriertes Popgedoodle aus Amerika einigermaßen originalgetreu nachzusingen. Aber genau das ist es ja kurioserweise, was diese Castingshows so erfolgreich macht. Denn es geht darin gar nicht um die wahre Qualität eines Sängers, sondern um Identifikation. Die Fans dieser Shows wollen gar keine exzentrischen Ausnahmekünstler. Sie wollen keinen Michael Jackson, keinen David Bowie, keinen Jim Morrison. Sie wollen einen Superstar, der aus ihrer Mitte kommt, der dieselben Schwächen hat wie sie und nicht unerreichbar auf einer Wolke der Genialität schwebt. Was er als Künstler taugt, ist letztlich gar nicht so wichtig. Hauptsache, er gaukelt ihnen möglichst geschickt vor, dass er sie alle lieb hat, indem er ihnen brav alle Autogrammwünsche erfüllt. Und genauso verhält es sich auch mit unseren heutigen Politikern. Sie werden nicht in erster Linie für ihre geistigen Qualitäten gewählt, sondern dafür, dass sie den Menschen eine möglichst breite Projektionsfläche bieten. Hochbegabte, exzentrische Genies sind in der Politik nicht gefragt. Auch wenn ich persönlich sehr gern beispielsweise Klaus Kinski als Bundeskanzler gesehen hätte. Ich glaube, dann wäre aber mal ein richtiger Ruck durch Deutschland gegangen. Doch was die meisten Wähler viel eher wollen, ist Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit kann man ihnen leider so leicht vorgaukeln, wie man den durchschnittlichen Bravo-Lesern vorgaukeln kann, dass sich ihre Superstars aufrichtig für sie interessieren würden. Und so macht ein Großteil der Wahlberechtigten weiterhin sein Kreuz bei den etablierten Parteien, auch wenn er sich am Vortag noch fürchterlich über die korrupten Politiker aufgeregt hat. Denn anders als irgendwelche anonymen Spinner aus dem Internet sind diese Leute ja seriös und real. Sie haben ein charmantes Lächeln und manchmal sogar einen Doktortitel. Es ist erschreckend, mit welch einfachen Taschenspielertricks viele Menschen zu verführen sind. Umso wichtiger erscheint es mir, den Wähler über die politischen Entscheidungen, die in einer Gesellschaft nun mal getroffen werden müssen, direkt abstimmen zu lassen und nicht länger über bestimmte Personen oder vorgekaute Parteiprogramme. Dass die dumme Masse die eine oder andere falsche Entscheidung trifft, wird sich sicher nicht vermeiden lassen. Denn viele Menschen sind halt schon ziemlich angstgesteuert, selbstsüchtig und entsprechend prädestiniert dazu, dumme Entscheidungen zu fällen. Aber manchmal sind es eben auch die Fehler, aus denen man am allermeisten lernt. Vor allem die Fehler, die man selber begeht. So wie ein Kind das Aufrechtgehen erst lernen muss und dabei mehr als einmal auf die Schnauze fällt, muss auch Verantwortung erst mal gelernt werden. Doch wenn man von vornherein in seinem sicheren Laufstall bleibt und aus Angst vor Verletzungen die Verantwortung lieber gleich an andere abgibt, wird man auch in 100 Jahren noch auf allen Vieren kriechen. Von daher ist es jetzt wirklich mal an der Zeit, die direkte Demokratie einzuführen und das überaltete Parteiensystem hinter sich zu lassen. Und damit mich jetzt niemand falsch versteht. Ich halte echte Demokratie für eine wichtige Durchgangsstation auf dem beschwerlichen Weg der Menschen vom triebgesteuerten Herdentier zu einem aufgeklärten höheren Wesen. Der Endpunkt der Entwicklung ist damit jedoch noch längst nicht erreicht. Denn die höchste Stufe des Zusammenlebens ist nicht eine Gesellschaft, in der die Mehrheit beschließt, was richtig ist und die andersdenkende Minderheit sich diesen Beschlüssen fügen muss. Vielmehr gäbe es in der höchstmöglichen Form von Zivilisation überhaupt keine Abstimmung mehr gegeneinander. Weil kein Mensch mehr daran Interesse hätte, andere als wütende Verlierer vom Platz gehen zu sehen, nur um seine eigenen egoistischen Interessen durchboxen zu können. Man würde sich vielmehr zusammensetzen und sich so lange miteinander beschäftigen, bis man dazu in der Lage ist, die Welt mit den Augen des Anderen zu sehen. Ich weiß, das alles ist schwer vorstellbar, wenn man sich die heutigen streitsüchtigen Menschen anschaut, wie sich die Alten gegenseitig verklagen und wie die Jungen versuchen einander zu beweisen, wer den größeren Schwanz oder das coolere Tattoo hat. Es ist wie gesagt noch ein verdammt weiter Weg. Doch wenn man nicht irgendwann den ersten Schritt macht, wird man niemals ankommen. In diesem Sinne, ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Euer Dien.